Vielen Dank, Herr Brühe, für die freundliche Einführung. Ich begrüße Sie alle, verehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, an diesen bedeutenden Veranstaltungen hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch auf die Diskussion anschließend, besonders infolge von dem Vortrag von Herrn Dr. Sternstein, worauf ich sehr gespannt bin. Die Moderne steht im Bereich aufklärerische Kategorien wie Rationalität, säkulare Fortschritt, Individualismus und Humanismus und bezieht ihren Impetus insbesondere aus der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie. Aber die moderne Welt wurde auch zum Schauplatz von Imperialismus, Militarismus und der gleichzeitigen Ausbeutung großer Teile der Welt. Teilweise in Reaktion auf diese historischen Kräfte brachte das 20. Jahrhundert eine Reihe sozialer Bewegungen hervor, die sich der Tendenz zu gewaltsamer Konfrontation, Terrorismus und Bürgerkrieg widersetzten. Mahatma Gandhi, einer der einflüchtreichsten Kritiker der industriellen Moderne, wurde zum Inbegriff solcher Strategien. In der Tat gilt er selbst als Leitfigur gleich dreier bedeutender Revolten des 20. Jahrhunderts, nämlich des Aufbegehrens gegen den Rassismus, der Erhebung gegen den Transkolonialismus und der Ablehnung politischer Gewalt. Es ist daher von großer symbolischer Bedeutung, dass das Datum des 11. September 1906, also der 9-11, vor genau 100 Jahren die Geburtsstunde des Sozialteils mit Gandhi als seinem wichtigsten Geburtshelfer markierte, die mitten in der Hochblüte von Polonialismus und Imperialismus die Hoffnung entstehen ließ, der Teufelskreis von wirtschaftlicher, politischer und kultureller Gewalt, lassen sich auf gewaltlose Weise und durch den Appell an die Instanz des moralischen Bewusstseins durchbrechen. Ghandis letztes, wenn gleich utopisches Ziel, bestand in der Stärkung der Starken, seine Botschaft wollte die Menschen vereinigen und das Verständnis zwischen Regierenden und Regierten befördern. Könnte es also sein, dass durch eine merkwürdige Laune des historischen Zufalls nicht eine, sondern zwei durch fast ein Jahrhundert voneinander getrennte 9-11s die äußerst entgegengesetzten Optionen der Moderne repräsentieren? Als konträre Zäsuren der Geschichte stehen der 11. September 2001 und der 11. September 1906 einander diametral gegenüber und fördern sich wechselseitig heraus. Auf der einen Seite erzählt der früheren 9-11, wie das Zitat von Gilbert Murray, die Geschichte einer Emanzipation aus dem Bannkreis von Furcht, Hass und Aggression und konstruiert in dieser Widerständigkeit eine Vision von verbreitender Kraft. Auf der Gegenseite setzt der 9-11 des Jahres 2001 die Spirale von Gewalt und Gegengewalt in Vornegeldung etabliert ein neues Niveau von Instabilität und Gefährdung, lässt neue Formen autoritärer Machtausübung entstehen und unterhüllt mit alledem die Fundamente einer wahrhaft demokratischen Ordnung, nämlich Gerechtigkeit und Freiheit. Wie unpassend eine solche Gegenüberstellung auf den ersten Blick auch erscheinen mag, so haben sich doch beim Versuch, den traumatischen Schock des 9-11 zu bewältigen, am 5. Jahrestag dieses schrecklichen Ereignisses viele Amerikaner und politisch nachdenkliche Bürger in der ganzen Welt bewusst auf das Jubiläum der 100. Wiederkehr jenes 11. September von 1906 besonnen, um aus Gandhis Satyagene womöglich die Inspiration für einen Bewusstseinswandel zu gewinnen, um den 9-11 aus einem Datum der Verzweiflung und der Wache in einen Tag der Heilung und des Friedens zu verwandeln. Wohl darum wurde an 32 Schauplätzen in den USA Attenboroughs Garny Film gezeigt, unter anderem auch im Regal Theater in New York auf der gegenüberliegenden Straßenseite von Ground Zeroes. In gewisser Weise lässt also gerade die historische Koinzidenz dieser beiden diametral entgegengesetzten 11. September die Dringlichkeit hervortreten, die scheinbar erloschende Macht der Gewaltlosigkeit wieder zu beleben und so womöglich einen Paradigmenwechsel auf der zeitgenössischen politischen Tagesordnung herbeizuführen. Als Historikerin mit einem Sinn für ethische Maßstäbe und Verantwortlichkeit möchte ich betonen, dass sehr viel darauf ankommt, welche Ereignisse wir auswählen und in ihrer geschichtlichen Bedeutsamkeit herausstellen und welche anderen Begebenheiten wir zu ignorieren oder doch für wenige bedeuten zu halten beschließen. Denn indem wir unsere Geschichte, die Geschichte unserer Gesellschaften und Kulturen in dieser oder jener Weise erzählen, tragen wir zugleich zur kollektiven Bewusstseinsbildung bei und beeinflussen damit in ganz wesentlichem Grade das Weltverständnis und die Handlungsweisen von Individuen und Kollektiven in Gegenwart und Zukunft. Anstatt mich nun jedoch ausschließlich auf dieses besondere Datum zu konzentrieren, für das wir durch den permanenten Medienbeschluss wohl bis zu einem gewissen Grad taub geworden sind, möchte ich mit Ihnen jedoch die Genese des satialkere Denkens etwas genauer verfolgen, das Gandhi selbst ausdrücklich als einen Prozess verstand. Und möchte zunächst kurz erläutern, warum Gandhi berufen schien, dieses Konzept zu propagieren, um aber nicht einfach zu wiederholen, was von vielen kompetenten Autoren, darunter Michael Nabler, dem amerikanischen Friedensforscher, dessen Buch hier ausgestellt ist, über die philosophischen Grundlagen des Satzgerger festgestellt worden ist und weil Herr Rühr mich über dies gebeten hatte, mein Augenmerk vor allem auf den historischen, biografischen und kulturellen Aspekt des Phänomens zu richten, möchte ich also zunächst die kulturelle Entschädigung der Geschichte von Ghandis Strategie der Waldlosigkeit näher betrachten und vielleicht ein paar neue Einsichten dazu beisteuern. Und da Ghandis Botschaft im gegenwärtigen politischen Denken und im Bewusstsein der heutigen allgemeinen Öffentlichkeit, die Anwesenden sind natürlich ausgenommen, keine große Rolle, wer zu spielen scheint, ja mehr oder weniger in Vergettenheit geraten ist, will ich im zweiten Teil meines kurzen Vortrags zumindest an die überragende mediale Bedeutung erinnern, die Ghandi sein Denken und Tun über vier Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hindurch, von 1906 bis 1948 zuwuchs, zunächst in Südafrika, dann in Indien und schließlich in den Augen einer globalen Öffentlichkeit. Und ich erinnere daran, durch die prägnante Anschauungshilfe eine kleine Serie von politischen Cartoons, die, wie wir alle wissen, ein besonders privates Mittel sind, um komplexe politische Konstellationen auf einen pointierten Nenner zu bringen. Hier auf der Leinwand sehen Sie eine kurze Chronologie von Ghandis Leben. Diese Einschätzung, dass er also nur die Gedanken ausgedrückt habe, welche die indische Bevölkerung im Herzen trug, äußerte Ghandi, als er in den 1930er Jahren gefragt wurde, wie es ihm gelungen sei, den Inderinnen und Indern, die doch durch fast 150 Jahre britischer Herrschaft und die unterwürfige Haltung vieler ihrer eigenen Repräsentanten geschwächt und demoralisiert gewesen seien, ein neues Selbstbewusstsein einzuimpfen. Ich stelle dieses berühmte Statement nicht nur als respektvoller Hommage an unseren Versammlungsort, die indische Botschaft, heraus, sondern benutze sie auch als einen ersten Zugang zur tieferen kulturellen Bedeutung und den manchfachen Implikationen des Kernprinzips der Satiagere, von dem Sie hier eine kurze Definition lesen können. Ghandi verstand Satiagere als die philosophie und praktische Methode des gewaltfreien Widerstands. Und das obige Zitat unterstreicht, mit welchem Geschick Ghandi es verstand, dem historischen Unbewussten eine ganze Nation zum kollektiven Ausdruck zu verhelfen. Wie Ghandi erklärte, bedeutete der Terminus buchstäblich nach der Wahrheit streben oder mit der Wahrheit ins Reine kommen. Unterstreicht damit also den prozessualen Geschehens- und den aktiven Bemühenscharakter des Vorgangs. In Übereinstimmung mit der Sanskrit-Etymologie verstand Ghandi die Wahrheit oder Satiagere zugleich und vielleicht sogar in erster Linie im Sinne des Wirklichen im Gegensatz zum Nicht-Existenten und des Guten im Gegensatz zum Bösen oder Schlechten. Um zu betonen, dass Satiagere als eine lebendige Kraft tief im kulturellen Ethos Indiens verwurzelt ist, wurde Ghandi nicht müde, immer wieder drei weitere grundlegende indische Konzepte oder Praktiken zu betonen, die diesem Ethos in gleicher Weise fundamental zugehören, nämlich Ahimsa oder Juralklosigkeit, Tapas, die Selbstaufopferung und Jagna etwa im übertragenen Sinne pflichtbewusstes Handeln. Ghandis tiefe Überzeugung und Verpflichtung gegenüber diesen Konzepten stammten zu einem bedeutenden Teil aus seiner eigenen kulturellen Prägung und familiären Erziehung. Es genügt sich an seine eigene Schilderung in der autobiografischen Schrift My Experiments with Truth zu erinnern, wo er folgende grundlegende Einflüsse und Weichenstellungen festhält. Den moralischen Mut seines Vaters und dessen Betonung einer Haltung der Wahrhaftigkeit, die linguistische Frömmigkeit seiner Mutter mit ihrem starken Akzent auf den Mitleid mit den einfachen Leuten und auf der Fürsorge für die Armen, aber auch mit der ausgeprägten Praxis des Fasten, mit geduldigem Leiden und einem pflichtbewesen Handeln nach dem Prinzip von Papas und Jagna. Schließlich die Ergebenheit und Hingabe seiner Frau als Zumba im Verein mit ihrer Charakterfestigkeit und Entschlusskraft. Tatsächlich war es, die Charakterstärkte seine Mutter und seine Frau, die für gar nicht im Unbegriff für die Kraft der Frauen wurde, in denen er bald überhaupt die geborenen Vertreterinnen des Zadjaga sah, die er vier Jahre später mit großer rhetorischer Emphase eingestehen sollte. Ich zitiere auf Englisch Has she, that is woman, not greater intuition? Is she not more self-sacrificing? Has she not greater powers of endurance? Has she not greater courage? Frei übersetzt, verfügt die Frau nicht über die größere Einfühlungsgabe und über ein höheres Maß an Opferbereitschaft, ist sie nicht viel ausdauernder und vielleicht viel mutiger als der Mann. Das ist wahrscheinlich implizit gemeint. Nicht zuletzt wurde Gandhi in diesen Positionen durch den Jainismus im syncretistischen Zusammenwirken mit den hinduistischen Gebräuchen seines Heimatstaats Pujirat beeinflusst, die den Gedanken des Nicht-Tölkens oder der Ahimsa in den Rand des obersten Divials erhoben. Obwohl also Gandhi, wie Sie wissen, den Begriff Satyagra prägte, schuf er damit doch nichts vollkommen Neues. Nicht nur bewegte er sich damit in große begriffliche Nähe zur fundamentalen Überlieferung der indischen Kultur, vielmehr hüpfte er auch mit der Praxis des gewaltlosen Widerstandes an Traditionen der indischen Gesellschaft an, von denen er selbst sagte, sie seien as old as the hills, so alt wie die Berge. Doch sei ihr öffentlicher Gebrauch mit der Zeit verloren gegangen. In seiner Programmschrift In Swaraj von 1909 räumte Gandhi ein, er habe sich durch Erzählungen aus seiner Jugendzeit über örtliche Bauernproteste in Katiavar inspirieren lassen. Ein Gebiet, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter der Herrschaft lokale Prinzen stand und von der Kolonialkolitik nur marginal tangiert wurde. Entsprechend sei das Verhältnis zwischen Herrschern und Beherrschten dort ausgeglichene gewesen, habe Spielräume der gewaltlosen Konfliktbewältigung eröffnet und insgesamt ein politisches Klima der Vermittlung und des Kompromisses begünstigt. Es war die von einfachen Indern noch immer als tief moralisches Recht empfundene, aber nicht länger praktisch ausgeübte Lizenz zum Widerstand gegenüber ungerechten Maßnahmen der staatlichen Autoritäten, das Gandhi unterstrich und in modernen politischen Kontexten wiederzubelegen suchte. Das soll nun feilig nicht heißen, dass Gandhi sich nicht auch auf die Autorität anderer Befürworte von passiven Widerstand und zivilen Unbehorsam wie Thoreau und Tolstoi behubeln hätte. Natürlich tat er das. Die Inspiration, die er aus ihren Schriften bezog, diente ihm jedoch in erster Linie als Bekräftigung eigener Überzeugungen, die er aus den kulturellen Traditionen Indiens ableitete. In ähnlicher Weise nutzte Gandhi die enge Affinität, die er zwischen der Lehre des Tatiagra und der gesetzlichen Mitleidethik nach dem Vorbild der Bergpredigt herstellte, um die universelle Geltung und die interreligiöse Attraktivität dieser Wahrheitskraft oder Seelenkraft zu unterstreichen und auf diese Weise Verbindungen zwischen üblicherweise für getrennt angesehene Kulturen zu knüpfen. Die Ausübung wahrer Religiosität galt ihm dabei als ein Mittel, um interkulturelle Verstehensbrücken zu schlagen. Dies gegen die militante Vorstellung eines Clash of Civilizations, wie wir das heute kennen. Und diese Verständigungsleistung sollte nach Gandhis Auffassung ohne Preisgabe der eigenen kulturellen und religiösen Identität möglich sein. Man darf jedoch annehmen, dass auch Gandhis Persönlichkeit und Lebenslauf zur Ausbildung seines Satiagra-Ethos beitrugen. Vor allem war es wohl seine kulturelle Selbstsicherheit, die sich aus dem Umstand speicherte, dass er als Sohn eines Libans oder Ministers in einem indischen Prinzenstaat in der Ausbildung seines Selbstbewusstseins und in seiner Selbstachtung nicht durch jene Unterwürfigkeit der Kolonisierten behindert wurde, die sonst als einzugkarakteristische Zug der indischen Elite des ausgehenden 19. Jahrhunderts erscheint. Dies im Zusammenwirken mit seiner intellektuellen Neugier, seinem Abenteuergeist und vor allem seiner enormen Willenskraft versetzte ihn in die Lage, sich auch während der drei Jahre seines Jua-Studiums in London von 1888 bis 1891 nicht nur irgendwie zu behaupten, sondern seine eigene kulturelle Identität in dieser Zeit sogar noch zu befestigen. Dieses gefestigte Identitätsgefühl bewegte Gandhi auch dazu, ohne langes Zögern, die Stelle als Rechtsberater für eine muslimische Firma in Durban, Südafrika anzutreten, wo er im Jahr 1893 ankam. Und es sollte eben dieser Aufenthalt in Südafrika werden, der ursprünglich nur ein Jahr hätte dauern sollen, zu dessen Verlängerung auf 22 Jahre sich Gandhi aber verpflichtet fand, um das ungerechte Herrschaftssystem des Empire zu bekämpfen. Es war dieser lange Aufenthalt in Südafrika, der ihn in harten Lebensjahrer-Lehrjahren zu einem wahren Zergärgeri umformen sollte. An mehreren Schalierstellen diese Geschichte hätte Gandhi aufgeben und nach Hause gehen können. Der bekannteste Vorfall ereignete sich dabei schon eine Woche nach seiner Ankunft im Mai 1893, als er im Dienste seines muslimischen Klienten nach Pretoria unterwegs aus dem Zug geworfen wurde, weil er den Platz in einem 1. Klasse Abteil für sich veranspruchte, für den er ein weniges Ticket besaß. Dieser persönliche Affront wurde zum Auslöse der nach Gandhi's eigene Aussage, kreativsten Nacht seines Lebens, in der er im kalten Bergbahnhof von Peter Maritzburg beschloss, seine Wut zu überwinden und seine Aufmerksamkeit stattdessen auf die viel umfassenderen Fragen der Rassenvorurteile, der Ungerechtigkeit und der Ausbeugung zu richten, wie sie seinen gerade einmal hunderttausend indischen Landsleuten in Südafrika von Seiten der europäischen Kolonialherren widerfuhren. Denn nach seinen Prinzipien sah Gandhi es für seine Pflicht, den juristischen Kampf aufzunehmen und für die Ausrottung jener, wie er sagte, tiefsitzende Krankheit des Rassenvorurteils zu streiten. Wobei er mit seiner Rede von dem deep disease of color prejudice geschickt das kolonialistische Klischee umkehrte, das gerade die Asiaten als rückständig und krank oder disease zu prozettieren liebte. In diesem Widerstand legte Gandhi eine große Effizienz und ein bemerkenswertes Organisationstalent an den Tag, indem er zuerst eine vorsichtige und schrittweise Kampagne gegen die Unterdrückung des Wahlrechts der indischen Kaufleute im Natal lancierte, dann 1894 zügig den Natal Indian Congress ins Leben rief, der übrigens als eine der ersten politischen Organisationen der Welt auch eine Anzahl weiblicher Mitglieder aufnahm und später zum Vorbild für den African National Congress werden sollte. Gandhi war dann verantwortlich für die erste Petition, die jemals durch eine Gruppe von Indern bei einem südafrikanischen Parlament eingereicht wurde. 1903 begründete er mit der Indian Opinion die erste seiner vielen Zeitschriften, die in Tamil, Hindi, Englisch und Gujarati erschienen und in deren Spalten er sich leidenschaftlich für die sich abzeichnenden Veränderungen in den globalen Machtkonstellationen interessierte, wie insbesondere seine Artikel über den aufsehenerregenden Sieg der Japaner gegen die russische Militär- und Seemacht, über die nachfolgende russische Revolution von 1905 oder über die Swadeshi-Bewegung in Bengalen zeigen, aus deren Aktivitäten er scharfsichtige Lektionen für seine eigene politische Strategie ableitete. In dieser Periode baute er auch seinen ersten interkulturellen Arschlund in Phoenix in der Nähe von Durban auf, ein sozialistisches Zurück-zur-Natur-Experiment mit allerdings ausgeprägter spiritueller Komponente und von fraglos großer Ausstrahlung auf spätere Kommunen mit betont anti-autoritärer Tendenz. weit davon entfernt zum asketischen Einsiedel zu werden, blieb Gandhi jedoch in engem Kontakt mit den politischen Entwicklungen in Indien, wie auch in der kolonialen Metropole. Zu verschiedenen Malen reiste er in politischen Missionen nach Indien und nach London. Es war jedoch das brutale kolonialistische Massaker während des Zulu-Aufstandes von 1906 in Natal, das ihn im Innersten erschütterte und ihn, einen Familienvater von vier Söhnen, dazu veranlasste, im Juli 1906 das Keuchheitsgelüfte eines Brahmacharya abzulegen, damit er in seinen eigenen Worten seine gesamte Energie in den Dienst der Menschheit stellen könne. Dieser Wechsel seines Lebensstils bedeutete mit Sicherheit eine verstärkte Hinwendung zu einem intensiven gesellschaftlichen und politischen Engagement unter den Leidvorstellungen von Moralität und Gerechtigkeit. Dann, im August 1906, erließ die von der Burenbevölkerung dominierte Regierung von Transwalen unter dem Premierminister General Louis Botho und mit General Smuts als Colonial Secretary den Entwurf eines Asiatic Law Amendment Ordinance, das bald auch als Black Act bezeichnet wurde. Also eine Gesetzesverordnung, die darauf zielte, die indische Einwanderung scharf zu begrenzen, ja die Inder sogar insgesamt zu verteilen. Dieser Cartoon zeigt die asiatische Einwanderung im Bild eines Tigers, der den Weg zu einer weißen Zivilisation blockiert. Was die Transwalen Ordinance mit Gewalt zu unterbinden trachtet. Gabi suchte dem erschreckenden Maß an Furcht, Gewaltbereitschaft und Unmenschlichkeit, das diesem Szenario innebohnte, mit einer ausgedehnten Pressekampagne und der disziplinierten und in gesitteten Bahnen verlaufenden Mobilisierung der indischen Bevölkerung zu begegnen. Der allen Indern zwangsweise abgenommene Fingerabdruck setzte diese auf eine Stufe mit Kriminell. Hier sehen Sie die pointierte Sicht der anderen Seite. Der Kolonialbeamter zur Linken sagt, If you feel a grieved over these fingerprints, how do you think I feel? Etwa, wenn diese Fingerabdrücke sie stören, was glauben sie wohl, wie ich mich fühle? Wie diese Khatun zeigt, richteten sich dann diese Bemühungen darauf, die übertriebene Furcht der kolonialen Region zu mildern. Südafrika könne durch die Asiaten förmlich überrannt werden. Am 11. September versammelten sich dann 3000 Kinder, sowohl Hindus wie Moslems, Händler wie Coolis, im Empire Theater von Johannesburg, das übrigens unter jüdischem Management stand. Um in Anwesenheit geladene Regierungsvertreter darüber zu diskutieren, wie dieser Maßnahme zu begegnen sei. In Anlehnung an traditionelle Methoden des Protests, wie er sie aus seiner Heimat Fujirat kannte, rief Gandhi zunächst alle Anwesenden dazu auf, dem vorgeschlagenen Gesetz Zustimmung und Kooperation zu verweigern. Und zwar unabhängig von den Strafen, die auf dieses Delinkt verhängt werden würden. Dann, so berichtet Gandhi in seinem Buch, Satyagraha in Southafrika, sei zu seiner Überraschung ein muslimischer Geschäftsmann, Sheth Hadji Habib aufgesprochen und habe erklärt, dass die Resolution mit Gott als Zeugen verabschiedet werden müsse, dass Inder sich niemals Feige unter ein solches Gesetz beugen würden. Diese geistliche Selbstverpflichtung durch ein Moslem beeindruckte Gandhi und gab ihm den Gedanken ein, seinen Eid mit einem religiösen Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit zu bekräftigen, dem sich alle versammelten Inder feierlich anschlossen. Dass die nachdrückliche spirituelle Dimension dieser ersten massenhaften Gewaltlosigkeitskampagne in Südafrika durch einen Moslem initiiert wurde, ist etwas, woran man sich heute ruhig erinnern darf. Und in der Tat darf man den islamischen Einfluss auf Gandhis Definition des Satyagraha als eines spirituellen Kampfes gegen strukturelle Gewalt nicht unterschätzen. Das Bild Gandhis als eines Sprechers für einen Tihad der inneren spirituellen Spielart wurde unsere Klischeevorstellungen über den Islam in der Tat mächtig erschüttern. Davon abgesehen waren es Gandhis Organisationsgenie und sein Charisma, die ihn dazu bewegten, der erworfen und bis dahin zur Unterwürfigkeit neigenden Masse indischer Immigranten Selbstvertrauen und einen auf dem Gefühl persönliche Würde basierenden Selbstrespekt zu vermitteln, um sie auf diese Weise zu einer einheitlichen indischen Gemeinschaft zusammenzuspeisen und zum entschlossenen Widerstand gegen die ungerechten Maßnahmen der Regierung zu bewegen. Bei alledem wurden unablässig die bleibende Offenheit für Verhandlungen und die Notwendigkeit gut nachbarliche Beziehungen mit den Europäern in Südafrika betont. Dass diese Botschaft eine von Würde getragene Entschlossenheit verstanden wurde und eine außerordentliche Wirkung entfaltete, zeigt der folgende Tattoo mit seinen komischen Konnotationen. Passiver Widerstand im Trans-Val, die Dampfwalze gegen den Elefanten mit der Unterschrift Die Elephant, das heißt die indische Bevölkerungswoche unter Gandhis Führung, sat tight, the steamroller exploded. Tatsächlich musste die staatliche Dampfwalze einsehen, dass sie aus Gandhis Tatiagraha-Kampagne an Dynamik gewann, gegen die vereinte und beharrliche Macht der indischen Community, die hier durch den Elefanten symbolisiert wird, der ihr den Weg versperrt, nichts auszurichten vermochte. Dabei ist besonders wichtig, dass die Atmosphäre der Furcht, die in den vorhergehenden Cartoons noch dominiert hatte, ganz verspunden zu sein scheint. Genau darin bestand immer eine von Gandhis Hauptabsichten. Der gewaltfreie Widerstand in verschiedenen Formen hielt viele Jahre hindurch an, musste mehrfache Rückschläge hinnehmen und ging mit zahlreichen Verhaftungen einher. Zugleich gewahrt er große öffentliche Aufmerksamkeit und inspirierte sogar Theaterauführungen in Südafrika, wie die folgende Cartoon-Szene mit dem Titel »The Desperado and the Passive Register« zeigt. Dargestellt ist der hohe moralische Grund des Satyagraha-Kampagne, dessen selbstgewisser Würde die Repräsentanten von Lohr oder deren illegitimes Walten mehr als deutlich unterstrichen wird, vollkommen vor den Kopf stößt. In der Tat scheint Gandhis Botschaft vom Unrechtscharakter des staatlichen Regimes angekommen. Aber der Kampf war nicht einfach. Denn am 16. August 1908, nachdem General Smart sein Versprechen zur Aufhebung des Black Act gebrochen hatte, organisierte Gandhis die öffentliche Verbrennung von mehr als 2000 amtlichen Registrierungsurkunden vor der großen Moschee in Johannesburg. Das war das erste von vielen derartigen Feuern in seiner politischen Laufbahn. Und eine britische Publikation verglich die Aktion mit der Boston Tea Party von 1773, bei der die amerikanischen Kolonien das Recht der britischen Krone bestritten, steuernd über sie zu verhängen. Allein der Vergleich zeigt, welche politische und historische Bedeutung Gandhis Aktion zugeschrieben wurde. Der nächste Cartoon, Playing with Fire, unterstreicht Gandhis kindliches Vergnügen am Zünden. Die Gefahren einer größeren Explosion der öffentlichen Meinung werden deutlich und dies zum Schaden des Empire, aber mit hohem Risiko auch für Gandhi selbst. Tatsächlich stießen die anarchischen Züge in Gandhi Satyagra immer wieder auf furchtsame und ablehende Reaktionen. Gandhi wurde jedoch nicht nur für einen politischen Hasardeur gehalten, sondern meist zugleich für einen Mann mit unwandelbaren Prinzipien und einem unermüdlichen Engagement für die Sache der unterdrückten Kulis und der indischen Händlerkologie. Und eben dies rief in Regierungskreisen ein wirkliches Aufsehen und implizite Bewunderung hervor, wie sie im folgenden Kommentar von Lord Amthill, dem ehemaligen Hüberner der Madras Presidency, in einem Brief vom 10. August 1909 an General Smuts zum Ausdruck kommt. Ich lese das in Übersetzung vor. Herr Gandhi streitet für ein Prinzip, das er wesentlich hält. Es gibt nur wenige unter uns, die alles dafür aufgeben würden, um ein abstraktes und unerreichbares Recht einzuplagen. Man kann nicht umhin, den Mann zu bewundern, denn offensichtlich erkennt er keine höhere Instanz an als sein eigenes Gewissen. 1909 erschien die erste Biografie Gandhis aus der Feder von Reverend Joseph Doe, einen englischen Geistlichen in Südafrika, und machte Gandhi über Südafrika hinaus berühmt, vor allem in Indien und England. Und im selben Jahr fühlte sich Gandhi zu einem kraftvollen politischen Statement gezwungen, das er auf Gujarati und Englisch unter dem Titel »Hinsverrat« oder »Indische Unabhängigkeit« oder »Selbstregierung« veröffentlichte. Der Text, der als Gandhis politisches Manifest gilt, formuliert eine arsche Kritik an der westlichen Zivilisation und ihre Wirkung auf Indien, während er zugleich an der Verpflichtung zur Gewaltlosigkeit festhält und doch auch scharfsichtig die polonisierten Inder dafür attackiert, dass sie sich in ihrer Opferrolle eingerichtet haben, ja förmlich in ihr schwellen. Alles in allem ein wirklich revolutionäres Pamplett. Gandhis letzte Campusjahre in Südafrika kulminierten aus Anlass des Marschels der Bergarbeiter von Natal nach Transvaal im Oktober 1913, der zu seiner letzten und relativ erfolgreichen Verhandlungsrunde mit General Smats in Juli 1914 führte. Nach Gandhis schließlicher Abreise kommentierte Smats mit trockenem Zarpasmus »The saint has left our shores. I sincerely hope forever.« »Der Heilige hat unsere Küsten verlassen, hoffentlich für immer.« Offenkundig war Gandhi für Smats ein respektiertes, gleich aber ein treutes, ungegebenes Leben. Bei seiner Rückkehr nach Indien im Januar 1915 wurde Gandhi von den indischen Volksmassen wie ein Held empfangen. Man hatte von seinen leidenschaftlichen Kampagnen für mehr Gerechtigkeit gehört. Etwas gedämmter fiel die Reaktion der politischen und wirtschaftlichen Elite aus, die seine radikalen Züge fürchtete. Während die Kolonialbehörden hofften, sich seine als eines konzilianten Vermittels bedienen zu können. Während des ersten Weltkrieges waren politische Entwicklungen in Indien zum Stillstand gekommen. Weder Verfassungsbegehren und politische Protest noch gewaltsame terroristische Aktionen hatten eine breite öffentliche Unterstützung gewinnen, die Führer der Nationalbewegung einander annähern oder die Politik des Empires lesen können. Satyagraha vollbrachte alle drei Ziele. Teilweise deshalb, weil Gandhi das Prinzip im Zusammenhang mit konkreten politischen Anliegen einsetzte, etwa mit Textilarbeitern, so in Anderbaden, mit Ausbeutungsverhältnissen auf den Indigo-Plantagen in Champaren, Steuererleichterungen für die Landwirtschaft in Kera oder mit unrechtmäßiger Gesetzgebung wie das Rollout-Act landesweit. Mit Zielen also, die die Massen für die Nationalbewegung mobilisiert wurden. Teilweise aber auch, weil soziale tief verwurzelte kulturelle Werte in einem populären Idiom ausdrückte, das von aufrichtigem, persönlichem Engagement gegenüber den unterdruckten Massen kündigte. Für diese Anliegen zentral waren eine kraftvolle Definition von Mut und eine im Medium der vertrauten Umgangssprache formulierte Strategie der Konfliktlösung. Wie Kapol Ghani sich auszudrufen vermochte, um sein Engagement für die Sache des gewaltfreien Widerstands verständlich zu machen und dafür zu werfen, zeigt etwa die folgende Bemerkung im Gefolge des Massaches von Amritzern. Ich lese eine Übersetzung vor. Erinnern wir uns daran, dass Gewalt der Eckstein des Regierungsgebäudes ist. Da Gewalt sein wichtigster Halt und seine letzte Ausflucht ist, hat es sich gegenüber Gewalt von unserer Seite nahezu immun gemacht, indem es sich darauf eingestellt hat, jeden gewaltsamen Versuch von Seiten des Volkes zu frustrieren. Wir kooperieren daher auf das auf alle Aktivste mit der Regierung, wenn wir unsere Zuflucht zur Gewalt nehmen. Jede Gewalt von unserer Seite muss als Zeichen unserer Dummheit, Ignoranz und impotenten Wut verstanden werden. Unter der schärfstmöglichsten Provokation, Zurückhaltung zu üben, ist das wahrste Kennzeichen des Soldatentums. Doch der blutigste Anfänger in der Kriegskunst weiß, dass er die Hinterhalte seines Feindes vermeiden muss. Und jede Provokation ist ein gefährlicher Hinterhalt, in den hineinzulaufen wir uns aufs Entschiedenste weigen müssen. Dass Gandhi als den General einer Armee von Sozialseiten betrachtete und in diesem Sinne auf strikte Disziplin und Ordnung bestand, ist bekannt. Und dieses Bild wurde der Öffentlichkeit vermittelt, um die Aufmerksamkeit auf die dramatisch-symbolische Aktion seines Salzmarsches im März-April 1930 zu lenken. In diesem tschechischen Cartoon fordert Gandhi mit seiner gewaltfreien Armee von 78 Freiheitskämpfern die hochgerüstete Militärmacht des British Empire heraus. Nicht nur ist Gandhi dazu im Stande, ein ganzes Land zu mobilisieren, sondern sein unheimliches Talent für mediale Inszenierung lässt das Publikum des ganzen Globus zu Zeugen dafür werden, wie die Gewalttätigkeit eines repressiven Staates mutig ausgehalten werden kann und das selbst noch nach Ghandis Verhaftung. Dieser amerikanische Cartoon, The Ghost Walks in India, zeigt den Geist des passiven Widerstandes, der in Indien marschierte, während Gandhi im Gefängnis saß und das Gewissen der Briten schwer bedrückte. Und noch ein Cartoon, Gandhi in der Löwenhölle, diesmal aus dem deutschen Simplicitimus, zeigt Gandhi beim Anspindeln eines friedlichen Protests gegen Großbritanniens Verweigerung der Selbstherrschaft gegenüber Indien, während die britischen Herrscher in der Gestalt imperialer Löwen wütend und befremdet zusehen. Angestoßen durch Piceroy Irwins Anerkennung von Ghandis politischer Gleichstrangigkeit, aber mit anschließender Repression der nationalen Bewegung, zeigt der nächste Cartoon, der im Platterer Dutch, einer sehr populären humoristischen Wochenzeitschrift aus Berlin erschien, Indien als Elefanten auf seinen unaufhaltsamen Weg in die Freiheit und der Ghandis Führung, ein Weg, der auch durch den verzweifelten Versuch des britischen Establishments, ihn mit brutaler Gewalt zu unterbrechen, nicht aufgehalten werden kann. Dass Ghandis unglaubliche politische Statur, die es etwa möglich machte, ihn als einzigen Abgesandten zu der Londoner Roundtable Conference zu entsenden, in den westlichen Medien mit Erstaunen registriert wurde, wird etwa aus dem folgenden Cartoon ersichtlich, The Shirted and the Shirtless. J.C. Hill vom Auckland Star aus Neuseeland zeigt eine Parade der weltweit wichtigsten Führerfiguren der verschiedensten politischen Gruppierungen des Jahres 1931, die ihre unterschiedlichen Ideologien und politischen Gesinnungen durch ihre verschiedenfarbigen Hemden zum Ausdruck bringen, um angesichts eines bar-brüstigen Mahatma ungläubig auszurufen. And he ain't wearing any blooming shirt at all. Das ist so im Neuseeland-Slang. Dass die britischen Autoritäten sich mit ihrer Reaktion auf diesen Gegner und sein populäres Charisma schwer tun, wird mit spitzer Feder in diesem Cartoon, Lord Willingdon's Dilemma, aufgespießt. Denn selbst wenn der eine Gandhi hinter Gefängnisgittern sitzt, braucht sich der nächste Vizepönig, Lord Willingdon, nur umzudrehen, um zu finden, dass für den einen eingesperrten Gandhi tausend andere sich draußen zur Stelle melden. Die Nation war durch Gandhi elektrisiert worden und jetzt gab es einen Zurück mehr. Und als das britische Kolonialreich dem faschistischen Deutschland den Krieg erklärt, setzt Gandhi die liberale britische Rhetorik mit verbalen Mitteln schachmatt, wie der nächste Cartoon, Schock for the Silent Column, zeigt, indem Gandhi darauf besteht, dass es kaum einen Unterschied gibt zwischen dem Narzissmus und der Autokratie, die jetzt in Indien regiert. Gandhi hält hier das Banner der freien Räder hoch, während der Vizekönig Linzko, Churchill und der Staatssekretär Emery geknebelt sind. Als schließlich in den frühen 40er Jahren die Unabhängigkeit in Sicht bringt, zeigt dieser Cartoon unter dem Titel Room for All. Garnis Großherzigkeit auf humorvolle Weise, indem er Garnis sagen lässt, ich zitiere von Garnis, Lord Linzko wird uns dann fragen, wenn die Unabhängigkeit kommt, ob er und seine Männer in Indien bleiben könnten. Und ob wir wünschen, dass sie das Land mit dem nächsten, oder ob sie wünschen, dass sie das Land mit dem nächsten Boot verlassen. Wir werden sagen, es gibt für euch Leute keinen Grund zu gehen. Indien ist ein ausgedehntes Land. Ihr und ihr Volk könnt bequem bei uns bleiben, vorausgesetzt ihr passt euch an die riesigen Lebensverhältnisse an. All dies betreu sein Motto To Fight Evil, Not the Perpetrator. Das Böse bekämpfen, nicht den Täter. Und nun muss ich mit dem letzten Cartoon zum Schluss kommen, und freilich war das, was ich Ihnen vorführen konnte, nur ein winziger Ausschnitt aus einem sehr umfangreichen Vorart. Auf diesem letzten Cartoon, an dem viel wahres sein mag, sitzt Garnis auf dem Boden und ruft zu Martin Luther King hinüber. The only thing about assassins, Dr. King, is that they think they've killed. Das Kuriose an Attentitern, meint dieser Dr. King, ist doch, dass sie glauben, sie hätten einen ungebracht. Lassen Sie mich mit dem folgenden kurzen Fazit schließen. Wenn man von der lebendigen Kraft und dem Potenzial des Satiagere spricht, sollte man in Erinnerung behalten, dass sein führender Vertreter Garni auch für die postmoderne Welt auf erfrischende Weise gegenwärtig und zugänglich bleibt. Den erforderte traditionelle Sichtweisen heraus, durchsprach traditionelle Kategorien des Denkens, suchte mit seiner Vorstellungskraft, alle Bereiche des Lebens zu erfassen und zu durchdringen, und eröffnete dem menschlichen Denken und Handeln neue philosophische und praktische Möglichkeiten. Und mit diesen Eigenschaften forderte er auch uns auf, neu über Dinge nachzudenken, die wir für gewiss und für stabil gegeben gehalten hatten. Die Art und Weise, in der seine gewaltlose Waffe, das Satiagere, sich in der heutigen Welt einsetzen lässt, und möglicherweise Hoffnung für die Zukunft gibt, wird der Gegenstand des Vortrags von Herrn Dr. Wolfram Sternstein sein, unseres Deutschen Garnis. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Aplausos Aplausos Vielen Dank.